Tachchen Leute und herzlich willkommen zum Gwonntag, meinem Wort zum Sonntag. Ich habe ein paar wichtige Themen, die ich ganz gerne heute abarbeiten möchte. Einige davon werden den meisten wahrscheinlich sehr gut gefallen und andere werden den meisten wahrscheinlich eher weniger gut gefallen. Fangen wir mal an mit meiner Arbeitssituation. Endlich, endlich, das neue Studio ist fertig, die Produktion hat begonnen und ich muss wirklich sagen, es macht einfach tierischen Spaß. Es gibt für mich im Augenblick nichts Schöneres, als in diesem Studio vor der Kamera zu stehen und irgendwie meine Sendung durchzuziehen. Ich habe viele neue Ideen im Kopf, die ich ganz gerne umsetzen möchte und eine davon habt ihr ja bereits auf YouTube und vielleicht am Freitag bei unserer Zock-Sendung sehen können. Denn ich habe ein neues World of Tanks Let's Play Format ins Leben gerufen, allerdings bereits in einer etwas anderen Variante. Denn bisher habe ich immer YouTube-Content erstellt, den wir dann mehr oder weniger in unseren Fernsehsendungen gezeigt haben. Das wird in Zukunft wahrscheinlich genau andersrum. Ich werde versuchen, viele, viele Formate in unserem Fernsehstudio zu produzieren und diese dann nach YouTube zu kopieren. Sprich, ich habe einen sehr viel weniger Zeitaufwand, da ich nicht mehr doppelt produzieren muss, sondern ich erhoffe mir dadurch halt, bessere Formate zu schaffen, die halt nicht YouTube-Style sind, sondern die halt aus dem TV kommen, aus unserem Studio mit dem coolen Hintergrund und mit Kamera wechseln und so weiter und so weiter, weil das dann halt so ein richtiges Alleinstellungsmerkmal für mich ist. Weil YouTube und ein Greenscreen, das können viele, aber so ein geiles Studio mit Kameramännern und so weiter, das haben halt nicht so viele. Und deshalb werde ich da versuchen, in naher Zukunft eher die Schiene zu fahren, neue Ideen fürs TV zu entwickeln, neue Sendungen fürs TV zu produzieren und diese dann sozusagen als Highlights von mir auf meine YouTube-Plattform zu kopieren. Da muss nicht immer World of Tanks dabei sein. Es kann sein, dass sich da in naher Zukunft wirklich sehr, sehr viel ändert. Ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass so Formate wie Replay of the Week und auch Grummel Grummel vielleicht irgendwann mal ersetzt werden durch irgendwelche anderen Formate, auch wenn das natürlich vielen Leuten in der Seele wehtun würde. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit zurzeit in meinem Studio mega, mega geil. Ich habe da einen Presse-Account bekommen von Wargaming, auf dem alle Panzer drauf sind mit allen Crews und da konnte ich mich halt mal in die neuen Tier-10er Lighttanks reinsetzen. Und meine Fresse, sind das ein paar Raketen! Das ist schon wirklich krass, gerade der deutsche Rheinmetall-Panzerkampfwagen. Das ist ja abartig, was der für einen Speed hat, was der für eine Beschleunigung hat und trotzdem noch diese Feuerkraft mitbringt. Da bleibt ein bisschen abzuwarten, ob diese leichten Panzer nicht in den Händen von saustarken Spielern, wie zum Beispiel Mailand, ein kleines bisschen zu stark sein könnten. Aber dafür ist es noch ein bisschen früh. Da müssen wir noch eine Weile abwarten. Viele Leute sind zurzeit am Meckern und am Eskalieren wegen der Artillerie, wegen den Lighttanks, weil ihnen das nicht gefällt und dies nicht gefällt. Aber es ist jetzt gerade mal eine Woche her, dass dieser Patch draußen ist und da braucht es einfach noch ein, zwei, drei Monate, bis da so die letzten Feintuning-Schliffe dann auch wirklich sitzen. Unser Clan P666, die Pandabären aus der Hölle, öffnen ihre Forten für das Multigaming. Ein bisschen vielleicht auch angeregt von meiner Ausreise in die World of Warcraft, hat sich unser Clan dazu entschlossen, jetzt seine Häfen für World of Warships und seine Gildenhäuser für World of Warcraft zu öffnen. Also, wenn ihr in Zukunft mit den Pandabären unterwegs sein wollt, wir haben ein eigenes Teamspeak, wir haben eine coole Clan-Führung, wir haben jede Menge Member, die aktiv in World of Tanks sind, wir machen jetzt World of Warships und in World of Warcraft, ey, da spielt ihr garantiert nur mit den Besten. Der Besten. Mit Auszeichnung. Selbstverständlich. Und wenn ich mich jetzt nicht täusche, habe ich gerade im Hintergrund mein Weibchen ganz entspannt sich mal abhusten hören. Skandal. Skandal. So wird man zu Hause privat unterstützt, ja? Mit solchen Kommentaren da aus der Backline. Naja, nichtsdestotrotz. World of Warcraft ist natürlich ein Thema, was mich zurzeit sehr viel beschäftigt. Ich arbeite da gerade an neuen YouTube-Videos, weil es mir einfach tierischen Spaß macht und ich das halt in meiner Freizeit mache und gar nicht in meiner Arbeitszeit, weil ich da einfach Bock drauf habe, ja? Mit meinen Kumpels zusammen in Stanzen. Gestern waren wir in Gnome Regan und das war einfach geil, ja? Das war einfach lustig. Wir haben uns gefreut, wir haben uns geärgert, wir hatten Emotionen und all das fehlte mir halt in letzter Zeit in World of Tanks und deshalb verbringe ich so viel Zeit in Azeroth, weil es einfach geil ist zurzeit. Es macht einfach tierisch Laune und ich glaube, das sieht man dann halt auch wieder bei meinen YouTube-Videos, dass es einfach irgendwie, ich weiß nicht, es kommt von Herzen, ja? Es ist einfach ein Thema, was mich zurzeit fasziniert, genauso wie vor vielen, vielen Jahren und das Erkunden der Welt und das Erkunden der Instanzen und das Spielen mit meinen Freunden, das macht einfach tierische Laune und bietet sehr, sehr wenig Frust. Und zu guter Letzt gibt es noch ein Thema, worauf ich auch bereits angesprochen wurde und zwar die Grand Finals in World of Tanks. Die finden dieses Jahr in Moskau statt, in drei Wochen. Jetzt ist die Ankündigung raus und es ist, Mann, ey Leute, das ist die Grand Finals und ihr schafft drei Wochen vorher sehr, sehr wenig Zeit, um sich um ein Visum zu kümmern, um sich um Urlaub zu kümmern oder was auch immer. Ich hätte mir gewünscht, wenn da ein bisschen früher die Information rausgekommen wäre auf der Homepage und ich hätte mir auch wieder gewünscht, dass ein paar mehr Informationen noch draufstehen. Was ist zum Beispiel mit einem deutschen Cast? Ich werde es definitiv nicht machen. Ich bin auch definitiv nicht vor Ort, Stand heute. Das kann sich natürlich immer alles ändern. Aber wenn ich richtig nachdenke, komme ich zu dem Schluss, dass eventuell Mutality wieder die Grand Finals streamen und casten wird, denn er hat ja bereits die EU Finals gemacht. Also werden sie wahrscheinlich wieder auf die Gula-Eide-Crew aus Berlin zurückgreifen, was ja dann für euch, die World of Tanks lieben, auf jeden Fall eine gute Sache ist, weil sie dann überhaupt an deutschsprachigen E-Sport-Content kommen. Aber ich habe da keinerlei wirkliche feste Information und deshalb kann ich da jetzt auch keine Garantien aussprechen oder sonstiges. Das war, was passiert ist. Was jetzt kommende Woche kommt, kann ich im Augenblick noch gar nicht genau sagen, denn es ist im Augenblick sehr, sehr viel los bei uns auf Arbeit. Wir haben sehr, sehr viele Dinge am Laufen in unserem Studio. Wir müssen noch immer sehr, sehr viel einrichten, die letzten kleinen technischen Kinderkrankheiten ausräumen. Wir müssen uns wieder so ein bisschen einspielen. Wir haben ein neues Team, neue Leute und ich habe keine Ahnung, wann ich wieder zum Streamen komme, wann ich mal wieder zu irgendwas anderem komme. Es ist zur Zeit wirklich, muss ich für Schritt, für Schritt, für Schritt denken, immer einen Tag nach dem anderen sehen und ich kann mir derzeit leider nicht vorstellen, dass ich wieder zu regelmäßigen zwei- bis dreimal die Woche Streamingzeiten zurückkomme. Dafür sind meine Arbeitszeiten jetzt einfach komplett durcheinander gewirbelt und dafür ist auch das ganze Projekt TV zu groß geworden, um sich da noch in drei Teile teilen zu können. Das ist einfach, ich kann nicht halb YouTube, halb Twitch, halb TV-Moderator sein. Das funktioniert halt irgendwann einfach nicht mehr und im Augenblick ist halt Twitch so ein bisschen weggefallen. Ich mache jetzt zur Zeit noch TV und YouTube und ich hoffe ehrlich gesagt, dass ich in naher Zukunft nur noch TV machen werde und YouTube nur noch so als Highlight-Kanal benutzen werde für das, was mein Content angeht. Soviel zu meinem Gwontag. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Ihr seid auf jeden Fall wieder auf dem neuesten Stand, wenn es um euren Lieblings-YouTuber geht. Oh mein Gott. Und ich werde mich jetzt verdünnisieren. Heute ist nämlich noch Grillen angesagt. Ich wünsche euch dennoch auch einen wunderschönen Sonntag und einen schönen Start morgen in die Woche. Bis dahin sage ich Tschüss, macht's gut, gut Schuss, was auch immer ihr machen wollt, macht es richtig.